Er erklärt ihm, dass das nicht möglich ist, wenn ich meinen Vater hole, damit mir dieser Knoten entfernt wird, dann wird mir auch gleich der Kopf entfernt. So, wenn der Arzt mein Problem entstanden hat, er hat mich trotzdem verstanden, er hat meine Lage verstanden und hat gesagt, ich werde sie trotzdem operieren. Außerdem hatte ich kein Geld für die Operation. Ich habe meine Uhr verkauft. Ich habe einen Wackmann, ich habe einen Wackmann verkauft. Ich habe einen Rad noch verkauft, für die Operation. Und ich konnte operiert werden. Und dann, drei Tage später, bekam ich die Diagnose Krebs. Ich habe die Kongregation in Rom sofort informiert. Und sie wollten mich nicht mehr haben. Ich ging dann in ein Krebs-Labor-Institut. Um mich noch einmal operieren zu lassen. Ich bekam eine Chemotherapie. Und ich war ganz allein, ich hatte keine Angehörigen. Und immer noch die gleichen Kleidungen am Leib. Nach der ganzen Geschichte ging ich wieder zurück ins Exizitienzentrum, wo ich lebte. Und ich hatte einen großen Verband da am Hals. Weil da war eine Drainage-Pipe, eine Wattel hier, so ich habe zu coveren. Ich wollte einen Schluck Wasser holen. Und da kam ein junges Mädchen auf mich zu und sagte, warum kommst du nicht zu predigen, zum Unterricht? Ich habe meinen Verband abgewickelt. Und sie sah das. Sie fragte, was ist denn dir passiert? Ich sagte, ich hatte viele Operationen, ich kann nicht gescheit sprechen. Sie fragte mich, warum bist du alleine das Wasser holen und bekommst du das Wasser holen? Ich sagte, ich habe niemanden. Sie sagte, ich werde dir helfen. Sie füllte meine Wasserflasche auf und brachte sie mir aufs Zimmer. Every morning water, dann breakfast, dann lunch, dann dinner, started coming to my room. Sie half mir jeden Tag mit der Wasserflasche, mit dem Frühstück, mit dem Mittagessen, besuchte mich regelmäßig am Zimmer. Now she is my wife. Ich habe sie geheiratet. Halleluja. Where are you? Halleluja. 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 There was very, very bad pain for me that I could not become priest. But let me tell you one thing. Today my preaching and the mission is gone, where if I was a priest, I would have not been able to do this much. God gave me complete healing for my throat. Gott hat meinen Kehlkopf vollständig geheilt. God taught me ten languages. And around the globe I am going and preaching freely now. Und ich reise um die ganze Welt und verkünde das Evangelium. Halleluja. 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 Amen. Ja, please ask. Ich möchte wissen, ob Fabio Josef, sein Vater, böse ist. Are you angry with your dad? Never, never, never. Niemals. She also asked me the same question yesterday. And what answer I give, Abraham decided to sacrifice his only son because he loved God so much. the same way my dad also decided to sacrifice his only son for the God's sake. So, if you love Abraham, you must love, you must love my dad. You also tell them. Darf ich das zusammenfassen? Er hat sich gedacht, Abraham war auch bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern. Und er konnte verstehen, dass auch sein Vater aus Überzeugung dazu bereit war, dass er seinen Sohn opfert für den Glauben. Sein Vater hat sich etwas Ähnliches gedacht. Und so konnte er ihm verzeihen. Abraham was ready to sacrifice his son for God's sake. The same way my dad also ready to sacrifice son for God's sake. But in wrong beginning. But the intention is to save God. Es war zwar ein anderer Glaube, aber dieselbe Absicht, für Gott den Sohn zu opfern. So, he loves his God more than me. I am happy about my dad. Das heißt, mein Vater liebt Gott mehr, als er mich liebt. Das macht mich froh. Super. Okay? The same spirit is in me. I am ready to die for God. Ja, und ich habe den Heiligen Geist in mir. Ich bin bereit, auch zu sterben für Gott. Genau wie mein Vater. Wenn jemand kommt und mich umbringen will, dann sage ich, ja, ich bin bereit zu sterben, ich werde meine Blut an die Blutbank Jesu am Kreuz spenden. Amen. Amen. Where are you? Amen. Amen. Two more points I will tell you, then you can go for your tea. Timing is 3.30. Okay, here the timing. What is time now? Wie spät ist das bitte? Hm? 10 past 3. 10 past 3. Oh, 20 minutes we have. Okay. Do you want to stand up for a few minutes, a few seconds? Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Okay. Pardon? Stand up. Stand up. Okay. Now, will you do one exercise if I teach you? Ich bring euch eine Turnübung bei. Möchtet ihr mitmachen? Okay. Stand like this. Wir stehen, so. Like this. Like this. Like this. Like this. Like this. And then slowly turn. Wow, so good. Now one more exercise. Okay. Noch eine Übung. Lift your hand. Halleluja. Lift your right leg and say, Halleluja. And then left. Halleluja. Halleluja. Now one more you are going to do. Okay? Okay. You know what's the meaning? Wisst ihr, was das bedeutet? Heaven. Der Himmel. Looking. I am going. You come. You come. All of you come. We will go together. We will go together. Okay? Halleluja. Halleluja. Please be seated. Bitte nehm platz. Bitte nehm platz. Bitte nehm platz. It's okay. Bitte nehm platz. Will you die? Werdet ihr sterben? Ja. If I die as a Muslim, what will happen to me? Was passiert mir, wenn ich als Muslimen sterbe? What happened to Mohammed? The same thing will happen to me. Das gleiche, was auch Mohammed widerfahren ist. Mohammed died. Er starb. People buried. Er wurde begraben. Then we don't know where Mohammed went. Und niemand weiß, wohin Mohammed gegangen ist. If I believe in Mohammed. Wenn ich an Mohammed glaube. If I die in Mohammed. Und ihm Mohammed sterbe. I don't know where I will go. Weiß ich nicht, was mit mir passieren wird. Wo ich hingehe. Gaudan Buddha, Mahavira, Guru Nanak, Shirdi, Baba, Kali, Murga, Baswana, Vamana, Ayaba, Allah, Mohammed, many gods. Es gibt sehr viele Götter bei uns. She translated all the name of God? Okay. If you believe in any God, they all died and people buried. We don't know where they went. So you don't know where you will go. In the history of the world, the only God who came back even after death with good address is Jesus Christ. He was resurrected. He was resurrected. So if I believe and die in Jesus, I too can come back. Amen. That's why I am Christ. Now, before ending, I'm going to teach you something very important. Very, very important, okay? Very, very important, okay? Question number one. Who controls your life? Who controls you? Was glaubt ihr Gott? No? 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 Conscience. Conscience. God? It's very logical, not spiritual, okay? It is eher logisch, nicht spirituell gedacht. Who controls you? Gibis. Gibis means? Das Gewissen. Conscience. Myself. Okay, let me add to you. Your thought controls you. Ich sag's euch. Eure Gedanken kontrollieren euch. Wenn ich denke, gehen, dann gehe ich. Wenn ich den Gedanken habe, näher zu kommen, komme ich näher. Wenn man ans Trinken denkt, dann trinkt man. Vorher denkt man daran. Stimmt ihr mir zu? Say yes or no? Ja. Ja. Nun ist die Frage, von wo kommen die Gedanken? Nun ist die Frage, von wo kommen die Gedanken? Wo stammen die Gedanken her? Science? What she is saying, ask. The brain? No. No. I think these people have no thought only. They don't know from where the thought is coming. No. Da habt ihr noch nie Gedanken gemacht, aber stimmt's? Das ist die Frage, von wo kommen die Gedanken. Ich sage, ich sage es nicht. Sie sind die Gedanken. Sie sind die Gedanken. Okay. Gut, danke. Hey, why nobody is answering? My rosary is still with me. Er möchte, warum gibt mir keine Antwort. Ich will den Rosenkranz loswerden. I want somebody to get this rosary. Ich würde gerne verschenken, wirklich. Ratet. Let me tell you, von wo du get thoughts? Okay, ich verrate es. Ich hole meine Gedanken aus meinem Gedächtnis, aus meiner Erinnerung. Wir können nämlich nicht an etwas denken, woran wir uns nicht erinnern. Babies? Babies, what? What about babies? What babies? They have the memory. Babies have the memory. The memory started from the womb itself. Die Erinnerung beginnt schon im Mutterleib. Er meint, man kann nicht an etwas denken, was man nicht schon früher... Aber das war nicht unbedingt einiges. Ich bin drin, was das